Heute sind wir mit den Platzvisionen auf dem Säberplatz, die auf dem Säberplatzfest auch einen Beitrag leisten werden und ich würde direkt übergeben. Wir sind eine Initiative der Architektenkammer Sachsen und wollen mal die Stadt insgesamt und vor allen Dingen die tristen Plätze in unserer Stadt in den Blick nehmen. Im Rahmen des Säberplatzfestes laden wir alle ganz herzlich ein, mit uns Ideen zu entwickeln, wie dieser Platz hier schöner werden könnte. Ich habe festgestellt, dass es ganz viele Chemnitzerinnen und Chemnitzer gibt, denen man eigentlich einfach mal die Möglichkeit geben muss, sich zu den Themen zu äußern. Und die kommen dann und haben unheimlich viele Ideen und wir kommen dann ins Gespräch und wir freuen uns sehr, dass wir mit Chris Dittrich jemanden gefunden haben, der uns hier ein Podium bietet, wo wir davon ausgehen, dass auch viele Besucherinnen und Besucher hierher kommen und davon, von diesen Besucherinnen und Besuchern, wollen wir so viele wie möglich gewinnen, die mit uns zu diesem Platz, zu diesem ganz konkreten Platz ins Gespräch kommen. Und deshalb ganz herzliche Einladung für den 26. August nachmittags ab 14 Uhr bei uns hier. Das Säberplatzfest beginnt am Samstag um 11 Uhr und das Bühnenprogramm wird vom Chemnitzer Jazz Club durchgeführt. Und am Sonntag gibt es auch noch ein Rahmenprogramm. Das finden Sie alles auf unserer Webseite www.säberplatz.de.